Also jetzt rechts, dann links, dann rechts, dann... Ich verheißer mal. Wir könnten natürlich auch mal eben einen Raid machen, mal eben schon vorbeischauen. Ach, die sind nicht instant tot, ups. Ich glaube, ich habe ein paar Querschnitts-Helämonen verpasst, um das letzte Mal. Ich wünsche einen guten Tag. Sehr verehrte Damen und Herren. Das ist eine Toilette. Das ist auch eine kleine Toilette. Dürfte ich bitte wissen, wo ihre Waffenkammer ist? Ich müsste mal eben ein bisschen aufstocken. Ah, hier geht's runter. Was heißt hier? Ups. Ich glaube, das sollte so nicht sein mit dem Glas. Auf jeden Fall kommen wir hier locker easy rein, ist nichts abgeschlossen. Einfach so ein bisschen. So. Mein Jungs. Und Mädels. Tut mir leid. Oh, 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 oh. Das ist, äh, Crispy. Ganz, ganz. Das ist schon, äh, Deep Pride. So, ist fast fertig geworden. Ich gucke, was hier gerade auf Discord los ist. Apropos Discord. Den hängen wir in der Beschreibung. Übrigens nicht am Handy sein und gleichzeitig fahren. Das ist, äh, he. Bei euch und eure Mitmenschen nicht gesund, wie man sieht. Übrigens ist das noch eine, äh, Slutty Vest Janky Alpha. Ja. Okay. Das ist nett. Aus dem Weg. Alter, das klang schmerzhaft. Das klang echt so. Fluch schmerzhaft. Ich muss jetzt ein Laden. Irgendwo. Da ist er. Ich liebe den Typen. Ich liebe seinen Kanal. Was habe ich getan? Was habe ich ihn getan? Warum? 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 Das ist ein Assi. Das ist ein absoluter Assi. Hallo. Ich habe nichts getan, ehrlich. So. Moin, Civi. Ja. Wie schön. Ich finde es so cool, dass der hier ist. Das ist einfach... Der Typ macht halt echt geile Videos. Also, Civi Eleven. Kann ich auch gerne... Auch gerne in die Beschreibung packen oder in die Kommentare und dann anpinnen. Der hat auch Videos zu Posting gemacht. Ich feiere die Videos total. Also, absolut. Ich feiere den Typen auch total. Ich hoffe, es kann nicht mehr. Und ich habe die Videos zu tun. Ich habe auch Zeit. ja, moin Feuerhose, Feuerlord, Feuergruß einfach mal ein bisschen Spray and Prey, ja? das ist ein Assi-Feuer, ohne Scheiß ahhhh, uff, jetzt hab ich jemanden die ganze Zeit den Molotow schmeißt den Gysias an Andreas ahhh, das hat auch gehört übel nice, Digga übel nice ach da unten ist ein Meter job well done and I even get a cash bonus too, ja? maybe I should check out these voluntary tasks more often in the future siehst du findest du wirklich, dass du was dazu gekriegt hast also, auf zum Animal Catcher das ist ein bisschen ne makabere Mission sag ich mal ne makabere Mission sag ich mal postel ich hier nochmal für seine ähm oh, für seine, wer ist es was liegt mir auf der Zunge ich hasse das sag ich mal, diese Sachen hallo, ist jemand hier just trying not to entail too much who's that who's out there in a manner of speaking yes excellent then you know the best way is to grab them by the pussy what was that? cats you gotta grab those pussy cats to collect them when you bring any cats back just dump them in that chute over there you understand? seems simple enough we also got a dog quota to meet grabbing them doesn't work so well grabbing them doesn't work so well so maybe you can try those dog treats over there to make them friendly to you when you bring them here lead them into that feeding station I'll take care of the rest you got that? uh, sure excellent you're doing a fine service for this community amigo oh and uh by the way there's no trouble in bringing back any wildlife DOA dead? dead? is that what that means? well fresh or not the quota's a quota now hurry up I can see my face ah man you like me now come you have to take 5 of each of them huh he what? i love me i'm actually the snake dude but i don't take a cat good job that's one dog in the bag come one more three come one more come i'm now there's water and all ready i don't understand why you're a character that's all in the bag Jawoll, das war nur ein bisschen. Na, Figa. Komm her, du Katze! Ah, Hund. Hund, Hund, Hund. Komm her. Bist du der letzte oder vorletzte? Ich weiß gar nicht mehr. So, komm mit. So, ganz schön ruhig, das Spiel. Gerade 21 FPS kurz gehabt. Und das war auch schon Katze. Das ist Katze Nummer 4. So, und dann jetzt noch Nummer 5. Das war ich aber nicht. Gut. Fünfte Katze. Kitty. Miauzen. Und dann... Da war auch äh... Die Siora-Dingweite, man. Also... Abfluss... Einiger Dingshaar, nicht. Nein. Ja. Das ist der letzte Katze. Und fertig. Gott, ey.